Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es hoffentlich und ich denke auch zum letzten Mal um das Schlachthaus von Zier und die Glyphe Tränen aus Blut. Die habe ich ja auf dem Magier schon, in Nahrung von Strichen auf Level 21 und brauche jetzt schon für ein Level mehr 100.000. Und wieso sage ich das? Es gibt wohl einen Chinesen, der es geschafft hat, diese Glyphe auf Level 200 zu bringen. Ich blende das mal hier ein. Es ist ein sehr verschwommenes Bild. Ich habe leider mit der Google Suche kein besseres gefunden. Aber da hat irgendjemand, wie auch immer er es geschafft hat, die Glyphe auf Level 200 gebracht. Und was wir da sehen ist, dass wenn wir uns mal den Unterschied angucken zu einer Stufe 21 Glyphe, wo ich 2,4% erhöhten Schaden multiplikativ habe. Auf maximalen Level sind das einfach 6%, das heißt nochmal 3 mal so viel. Und der Bonus zu den seltenen Knoten liegt bei 250%. Außerdem darf man nicht vergessen, dass ab Stufe 50 ja die Radiuserweiterung kommt. Bedeutet die Menge an Knoten, die man dort reinpacken kann, in diese Glyphe sind natürlich auch erhöht. Und wenn wir das hier an so einem Spot haben, mit der Glyphe auf Level 200, kann man ungefähr davon ausgehen, dass der erhöhte Schaden, ihr seht das oben, bei mir sind das 111%. Und mit einer maximalen Glyphe auf Level 200, Tränen aus Blut, kann das auf 1100 hochgehen. 1100% und ich habe hier gerade 111%. Das heißt das Zehnfache. Und da könnt ihr ein oder andere sich selber ausdenken, wie unfassbar krass das ist, wenn eine Glyphe einfach so euren Schaden verelfacht. Also nicht so wie hier mit 100%, sondern mit 111% jeglicher Schaden, ich hatte das schon mal in einem anderen Video, verelfacht. Das geht hier auf den jeglichen Schaden. Und dort kommt das dann drauf. Und dann sind wir dann irgendwo bei 2000% jeglicher Schaden. Also wirklich komplett insane. Und was noch insane ist, ist die Erfahrung, die man gebraucht hat, von Level 199 auf Level 200. 240 Millionen Erfahrung. Und ich habe eben gesagt, meine Glyphe, die ich hier habe, für eine Stufe kostet 100.000. Das ist bei meinem aktuellen Stufe 9 Siegel ungefähr 10 Mal, muss ich laufen für ein Level. Wenn ich jetzt überlege, Level 199 auf Level 200, müsste ich das Dungeon über 2500 Mal laufen für dieses eine Level. Was an sich ja nur noch mal eine Erhöhung von 0,1% erhöhten Schaden gibt. Also wirklich insane. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Da wurde wohl viel mit Snapshot gearbeitet und natürlich nur 25er gelaufen. Und mit Hilfe von anderen Leuten, die den Typen nur ins Siegel reingelassen haben, um schnell die Endgegner zu besiegen. Sich die Glypenerfahrung abzuholen und dann wieder zu den nächsten. Weil rein zeitlich ist es gar nicht möglich, selber die Siegel zu laufen, zu besiegen. Und dann auch noch immer dieses Risiko zu haben, dass man vielleicht stirbt und man ein Siegel verkackt und wieder neu starten muss. Also extrem crazy, dass es überhaupt jemand geschafft hat. Hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass das überhaupt möglich ist in dieser Season. Und es zeigt einfach auch noch mal, wie kaputt dieser Modus ist. Schlachthaus von Zier, ich habe das jetzt echt schon öfter gesagt, macht so wie er jetzt ist, keinen Sinn. Auch die Glyphe macht so wie es jetzt ist, keinen Sinn. Sie ist vom Start weg viel zu stark mit den, ihr habt es gerade gesehen bei mir. Auf gerade mal Stufe 21 kriege ich schon 100% erhöhten Schaden, multiplikativ. Was wirklich insane ist. Und sollte man das über Zeit dann wirklich auf Stufe 50 schaffen, kann ich das locker verdoppeln. Viel, viel zu stark. Der Modus Schlachthaus von Zier, abgesehen von der Glyphe, bringt euch nicht viel. Also ich hoffe, Blizzard hat das gut analysiert und gesehen, dass dieser Modus gerne reinkommt. Würde ich echt fühlen und würde mich sehr freuen. Aber echt in einer anderen Form. Mit entweder anderen Glyphen oder dieser Glyphe und abgewandelt. Schlachthaus von Zier muss abgewandelt werden. Also verrückt. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Glaubt ihr, die Glyphe wird so wie sie jetzt ist später erscheinen? Was sagt ihr zu diesem einen Chinesen, der es geschafft hat, die Glyphe auf Level 200 zu bringen? Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass das möglich ist. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Lasst gerne einen Follower auf dem Kanal da. Gerne ein Like auf dem Video. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.